Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Doch, doch, am Markt, oder? Am Markt habe ich es gesagt. Dort gibt es viele Bücher. Eine der Sehenswürdigkeiten, da sind immer die Touristengruppen davor. Außerdem hat das Gebäude eine sehr schöne Fassade. Bücher, Bücherei, ja. Früher sind wir da alle reingerannt. Scheiße, Bücherei darf nicht sein. Im Zentrum unserer schönen Stadt, in der Nähe ist eine Kirche, die aber nicht Kirche heißt. Da sitzen alle davor, wenn Weindorf ist, ist da auch der Fahrplatz zugebaut eigentlich, weil alle dort hocken uns auf. Wenn man, ach scheiße. Dann ist der Abgang zur Tiefgarage auch gegenüber. Man kann reingehen und viele Sachen lesen. Man kann da ins Internet gehen, weil beispielsweise habe ich das früher gemacht als Kind. Es sind sehr viele Geschäftshäuser drumherum und ein sehr gutes Café, das Café Michel ist nebendran. Man kann da insycz tote machen. Es geht um hier weiter. Wenn du weil's daveilig oder schiffst herausgefunden bist-